so jetzt machen wir mal zwei also dreier koop ich weiß auch noch nicht genau welche map harke auf mittel so ihr kriegt gleich den code der letzte buchstabe fehlt der letzte buchstabe fährt das heißt ihr müsst ihr durch testen selber herausfinden bist du handy oder ipad ich bin auf steam über acht jahren guten mittag fritz zauberst zunächst mal ich gehe gleich runter nimmt das ipad und macht gleichzeitig also ich gebe den code der letzte buchstabe fehlt ich weiß ich habe berüchtigt das heißt versucht einfach mit großbuchstaben und dann viel erfolg da ist der code der letzte buchstabe fehlt ihr müsst durch raten von a bis z also keine zahlen sondern wirklich eine buchstaben aber es hat gespannt wird sich auf jeden fall alle projekte abc de fg h j k level pg freaks geschafft freaks ist der erste ich finde das witzig cool das mache ich öfter das ist cool und gäste 3 nice so es ist nämlich der buchstabe x gewesen also wenn man von vorne anfängt ist irgendwie doof ne ok los geht's schauen wir mal hi lpd entstummig zuckerwurst na schauen ob das besser funktioniert scheinbar nicht hier ist früher auch gas 3 lol hier ist er voll genießt er noch schnell genug die mute taste gedrückt haben wir mit gas 3 zusammengespielt das ein stummig kannst du weglassen aber das heißt so naja ist dein handyspieler dabei keine ahnung kann ich ja nicht kann ich prüfen mal die dinger lecker ich habe das wach vorbild sollte man mit der grund normale bluswachen das soll mit stand auf einem film aus war ich hatte ich sowieso vor mit bumeraffen zu spielen ich bin was mit dem ich glaube es gas 3 wobei das kleckt bei mir ein bisserl und das geht jetzt bei mir geht es jetzt wieder ich sehe zumindest keine groß an den probleme muss man kurz licht an machen es ist halt schon 12 uhr 3 da macht man hat man das licht an weil zu dunkel draußen geworden ist unglaublich moin alpaca games ich bin einfach in einem anderen spiel gelandet ja das kann passieren dass man auf einmal in einem ganz anderen spiel landet hat korb mal nicht funktioniert ja tatsächlich im update 12 hat sich funktioniert also in dem letzten patch das 12 1 da funktioniert wieder besser aber immer noch nicht so wie es eigentlich funktionieren sollte hallo ich immer will vielen dank für den kompiment mach mal eine nur zwei affen platzieren challenge alles klar mache ich habe mal quince und mein boomerangrafen mehr werde ich nicht bauen warum sind die blut so klein das ist ein extra modus hallo ich nur weiter egal durch ein logamer bei muss zum arzt am sonntag um 12 uhr und ist heute sind montag und durch die arbeit verpennt ins krankenhaus fährst oder wie kannst du wenn es raus das große wir viel spielen schlag das gerne als ein gespielt form ich werde mir nichts mehr ich kann es mir gar nicht merken ihr dürft gerne vorschlagen so ihr habt schon ein paar spiele vorgeschlagen die meisten schon gemacht ich will mir bitte sehr nicht kaufen aber ich darf nicht ach das ist ja schade warum nicht lüge du hast drei affen wo naja bereitschaft sind so weit hat auch am sonntag getroffen oder hat die arzt arbeit auch am sonntag klar krankenhaus bereitschaftsernste moin niklas kommen noch bald neue türme sicherlich killian erstmal abwarten erstmal genug türme der sauger wird noch reinkommen das maschinengewehr wird noch reinkommen vielleicht mal ein ganz neuer atom wer weiß hi max herbst und wie schlage ich etwas vor gucke auf meine nachricht von 12 uhr 5 da steht es könnte ja kannst du da kann ich sagen wollen was ist mit dem bau doch kann auch muss nicht meiner ich habe nur die beiden türme die beiden gehören alle anderen sind nicht meine ich darf kein geld für spiele ausgeben weil ich vor 1,5 jahren 30 euro ausgeben habe das ist ja der weltuntergang ja aber wenn der älter das entschieden haben kann man nichts machen mir geht es gut niklas und ihr ich habe auch bei dem hochfall alle drei goldenen karten und bei dem reisenreifen wie alle drei goldenen karten was meint ihr mit goldene karten verstehe ich nicht reden wir von bt 6 jahren hallo ich bin Marcel der sauger mal bt 5 zu stark genauso wie der pionier der pionier ist jetzt naja ein supporter halt ne die machen das schon ganz gut mit dem balancing hi Maddy bei mir geht das spiel eine minute eine runde also eine runde vor lol hi keller du bist der erste über den ich wirklich gerne schaue wow danke ich habe noch karten im wert von 600 euro was für karten ihr müsst ein bisschen nicht mit chinesischen wörtern mit mir reden ich verstehe nicht was ihr wollt was ihr sagt welche goldenen karten welche karten 600 euro hä man kann nicht klagen und klagen kann man immer ne die frage ist ob es angebracht ist achso die t5 die hier ja ok ich verstehe stream google play alles und warum sagst du du musst erstmal aufladen gehen als deine mitgliedschaft ausgelaufen ist ich hole dich unter zwei jahren freut mich nice der mitspiel ist immer zufällig derzeit mache ich so dass ich die code in den chat post und wer schneller es kommt rein seit der letzten runde ist es sogar so dass ich einfach an den letzten buchstaben weglassen und ihr testen müsst was ich aber voll witzig finde ich denke dass wir noch so weitermachen finde ich ganz cool schon aufgebaut aber so typ das wieso abgelaufen der telefonkarten sammeln damals die telefonzellen kennen von euch der kleine sondern sondern so eine anime oder sondern sie zeichentrick bei vierjährigen oder fünfjährigen japanischen jungen in einer folge hatte er auch der kloräume gesammelt der hat nicht dings gesammelt telefonkarten hat einfach kloräume gesammelt fertig aufgebrauchte klopapierräume der telefonkarten weil ich komme ich komme aus sachsen mein körper gerade aufgestanden guten morgen muss auf hausse rinne heitern ist wie wenn wir der neue runde machen poste ich den code in den chat der letzte buchstabe fehlt und ihr müsst ihn selber erraten und herausfinden und dann kann er mitmachen das schießen und dann immer wieder spaß ich gucke ich seit der anderthalb jahren freut mich felix da steht er wieder drauf der tag worauf stehe ich was ich habe die kontext nicht mitbekommen sorry mir geht's gut und hier ich habe das 40.000 aus dem jahr oder im oktober schauen muss auf morgen mit der schule online jimmy du musst jetzt ins bett gehen es ist ja schon zwölf uhr das morgen jahr pünktlich aufstehen und wohnen sachsen an der grenze zu polen haben sie schon komplett gegessen sehr sehr lecker sehr lecker vielen dank der leckeren linkeltieren dass sie mir eine mahlzeit geschenkt habt dinkeltiere ich kann mich selber nicht mehr halten ich habe früher gogos gesammelt kennst du ne kenne ich nicht kannst du mal oxygen not included spielen leute wenn ihr wollt dass ich etwas anspiele da findet ihr die liste tragt es dort ein aufstehen der logo steht schon das verkehrt ich habe alle 120 folgen geguckt also 120 folgen in drei teilen noch mal gesplittert also die 300 folgen also 360 bevor wir da kommt ich kann nicht rechnen war ich schon gut ja habe ich auf dem handy immer noch was wir sprachen kannst eigentlich alle sprechen deutsch und englisch welche cornflakes bio holig dinkel cornflakes sind wie diese diese puff diese honeyweeds von kellogg's aber ist nicht ganz so süß warum steht man da wird eigentlich die ganze zeit im koop kommen keine ahnung geh hin und frage ihn wie bist du auf den namen gekommen ausrufzeichen fragen da steht es drinnen im dokument ich habe dich als kind mal geschaut und war das schon damals schon ziemlich irre der homo ist echt mies hat das als kind ich dachte mich als kind für diesen homo ist also ich finde das ist eigentlich eine coole serie ich esse frühlingsrollen ich habe mir gestern mal wieder eine pizza im rebe geholt so ein tiefgepützer schön speziale schön mit champignons salami und schinken die ziehe ich mir heute auch mal rein im laufe des tages ich bin so noch mag ich sie die ich habe damals aber das stimmt als bt 6 noch nicht rauskam weiß ich auch mal spielen was ich nicht mal wieder weiter die folge mit dem elefanten habe ich damals gekippt welcher elefant wo er seinen schniedel wie ein elefanten angemalt hat oder welche meinst du kann man auf dem handy mit im korb spielen da kann man natürlich heißt kein internet ich verstehe dich nicht machen wie alt bist du 25 fünf oder honey mit was siehst du ich habe genau die folge mit dem schniedel dem empfanden ja ja das ist das kind so wie ein kind die sind da halt noch total unbefleckt was das angeht welche sind noch mal ständchen ziemlich uralt magst du mehr kuchen oder torte dann über torte dann geht das für frau sie weiß noch nicht mal schauen jetzt habe ich ihr was gegessen das bin ich also nicht so nicht mehr so hungrig davon öfter mitmachen wenn es geht nein um einfach mal nicht so egoistisch zu sein und anderen leuten auch mal den vortritt zu lassen auch in niklas damals als er zu einer gelber und nicht so wie es heute ist das stimmt guckte kono super an kenne ich nicht was das kono super auch in der serie wenig zeit wenig zeit bei wasser maurin wurde hat mir angst gemacht wer hat die angst gemacht werde zu lange kräfte verwendet war verschwendung ist das stimmt wenn ich den nicht in die von gong schwelle geschichte wenn der name eindeutig ist brauchte mir linke nicht schicken aber es gibt hat nun mal auch apps wenn ihr mir namen nennt dass es 23 davon gibt und da habe ich keine ahnung welches ihr meint und da mache ich auch nicht mehr aus ihren enden genauen link kennst du euphorie und wenn ja ich finde es so ist auch ein animier glaube ich war aber ich noch nicht gesehen oder eine serie hast du dreh mal geschaut oder gelesen geschaut aber schon ewigkeiten her tut mir leid meinte das hat geleckt davon und zwar mitmachen wenn man es schafft warum legt das internet komischerweise immer dann wenn ich antworte den leuten nein es gewinnen wenn möglich nein um anderen auch die chance zu lassen mitzumachen schade dass man eine große oder klein wird sich im leggeber machen kann das wäre nicht gut wenn man es wirklich zwischendurch wünschen könnte hau rinschruhe gute nacht schlaf gut ich habe das video geliked vielen dank leute also mit drei leute hat es auch ganz gut funktioniert sehr gut gold geld gesegnet absolut großzügig 9704 gold gespendet gesendet gesegnet doch gesendet gesegnet cool wieder da war kam es was den wirkspiel orienter blind forest so